Die Entropie, abgekürzt mit dem Buchstaben S, ist eine grundlegende physikalische Größe der Thermodynamik. Um die Entropie zu verstehen, betrachten wir ein abgeschlossenes System. Ein abgeschlossenes System ist ein isolierter Teil des Universums, der nicht mit seiner Umgebung wechselwirkt. Betrachten wir das folgende System, das aus Teilsystem A und Teilsystem B besteht, in denen sich vier Teilchen aufhalten können. Ein weiterer Begriff, der für das Verständnis der Entropie notwendig ist, ist der Mikrozustand eines Systems. Ein Mikrozustand des betrachteten Systems ist dadurch charakterisiert, wie die vier Teilchen auf die beiden Teilsysteme verteilt sind. Mal ein kleines Beispiel. Im Teilsystem A befinden sich zwei Teilchen. Im Teilsystem B befinden sich die anderen beiden Teilchen. Das ist ein möglicher Mikrozustand des Systems. Ein anderer möglicher Mikrozustand ist, wenn in A alle Teilchen zu finden sind und in B gar keine. Ein Mikrozustand ist also eine mögliche Anordnung der Teilchen. Bezeichnen wir die Anzahl der möglichen Mikrozustände eines Systems mit N. Jetzt können wir die Entropie verstehen. Die Entropie ist ein Maß für die Anzahl möglicher Mikrozustände. Je mehr Zustände das System einnehmen kann, desto größer ist seine Entropie. Konstruieren wir ein System, bei dem gar keine Teilchen im Teilsystem B sein können. Alle vier Teilchen müssen sich im Teilsystem A befinden. Um nun eine Aussage über die Entropie dieses Systems machen zu können, müssen wir die Anzahl möglicher Zustände betrachten. Das System wurde so konstruiert, dass alle Teilchen nur in A sein können. Es gibt also nur einen Mikrozustand des Systems, nämlich den Zustand alle Teilchen in A. Schauen wir uns ein anderes System an, bei dem es mehr als einen einzigen Mikrozustand gibt. Nehmen wir nun an, dass im Teilsystem B maximal zwei Teilchen sein können. Der erste mögliche Mikrozustand ist, wo alle Teilchen im Teilsystem A sind. Der zweite erlaubte Mikrozustand ist, wo ein einziges Teilchen im Teilsystem B ist. Und der letzte erlaubte Mikrozustand ist, wenn zwei Teilchen im Teilsystem B drin sind. Ein weiteres Teilchen in das Teilsystem B zu platzieren, ist in diesem System nicht erlaubt. Dieses System hat eine größere Entropie als das vorher betrachtete System, wo sich Teilchen nur im Teilsystem A aufhalten konnten. Betrachten wir nun ein drittes System. Nehmen wir für dieses System an, dass es keine Einschränkungen gibt, wie sich Teilchen im Teilsystem A und B verteilen können. Gehen wir alle möglichen Mikrozustände des Systems durch. Im ersten Mikrozustand befinden sich alle Teilchen im Teilsystem A. Der zweite erlaubte Mikrozustand ist, wo ein einziges Teilchen im Teilsystem B ist. Der dritte erlaubte Mikrozustand ist, wo zwei Teilchen im Teilsystem B sind. Der nächste erlaubte Mikrozustand ist, wo drei Teilchen im Teilsystem B sind. Und der letzte erlaubte Mikrozustand ist, wo alle vier Teilchen im Teilsystem B sind. Dieses System hat fünf mögliche Mikrozustände. Mit nur vier Teilchen lassen sich maximal fünf Mikrozustände realisieren. Welches der drei Systeme hat die maximale und minimale Entropie? Das erste System hat einen einzigen Mikrozustand. Dieses System hat die kleinste Entropie S1. Das zweite System hat drei mögliche Mikrozustände und hat somit eine größere Entropie S2. Und das dritte System hat fünf mögliche Mikrozustände. Das dritte System hat die größte Entropie S3. 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 Das dritte System hat die größte Entropie S3.